Mit der Aufstiegsfortbildung FachwirtIn für Büro- und Projektorganisation wirst du zum Multitasking-Talent in deinem Unternehmen. Bei dir laufen alle Fäden zusammen. Ob Büroorganisation, Personal oder Projektmanagement, du strukturierst, koordinierst und gestaltest. Wir zeigen dir, wie du Kundenbeziehungen pflegst und immer einen Überblick über alle wichtigen Zahlen und Daten behältst. Somit wirst du als NetzwerkerIn zur Visitenkarte deines Unternehmens und überzeugst durch stilsicheres Auftreten und Kompetenz. Als GeneralistIn und Organisationstalent wirst du in fast jedem Unternehmen gebraucht. Egal ob in Industrie, Handel, Dienstleistung oder Handwerk. Du gehörst laut WBS JobReport zu den gefragtesten Berufsprofilen. Diese Aufstiegsfortbildung mit IHK-Abschluss ist deine Chance für mehr Führungsverantwortung im Büroalltag. Unsere erfahrenen TrainerInnen bereiten dich optimal berufsbegleitend und online auf deine IHK-Prüfung vor. Dabei bestimmst du, wann und wo du lernst. Live oder mit unseren Kursaufzeichnungen. Mit deiner bestandenen Prüfung erwirbst du eine Qualifikation auf Bachelor-Niveau. Dein Weg zur Uni ist damit frei. Kostenlose Karrierecoachings helfen dir bei Bewerbungen oder Gehaltsverhandlungen. Außerdem beraten wir dich bei der Förderung deiner Fortbildung durch Aufstiegs-Bafö oder deinen Arbeitgeber. Bis zu 80% Kostenübernahmen sind dabei möglich. Zünde jetzt deinen Karriere-Turbo und qualifiziere dich zur Fachwirtin bzw. zum Bachelor für Büro- und Projektorganisation. Schau auf unsere Website und lass dich individuell beraten. Viel Erfolg dabei!